Sie haben damit mit diesem Aufstiegsszenario Fußballgeschichte geschrieben und die, muss ich sagen, die will auch besonders bedanken werden. Ich möchte ganz, ganz herzlich hier in der guten Stube des Würzburger Rathauses im historischen Lenzelsaal die Mannschaft unserer Kickers ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße ganz herzlich Ihren Trainer Bernd Hollerbach und alle, die im Pader mit aktiv sind und heute mit dabei sind.